Die Vorstellung ist besser als zu wissen, sagt Albert Einstein. Der Fantast ist der eigentliche Realist. Das sagt Gottlieb Duttweiler. Wahrscheinlich ist der Fantast der eigentliche Realist willkommen in der Welt der Vorstellung, der Zukunft, die jetzt vielleicht schon Gegenwart ist. Wo steuern wir hin? Haben wir es im Griff? Was geht es überhaupt in der Zukunft? Oder sind wir dann die Gesteuerten? Wir sind hier im Gottlieb Duttweiler Instituts Rüschlichum. Bei mir ist Karin Frick, Leiterin Research. Sie hat uns wirklich während der Ferien empfangen. Ich muss sagen, sie ist auch Teil der Zukunft. Sie predigen nicht nur, sondern feststellen, dass das Medienmacher ist Teil der Zukunft. Sie hat telefoniert, sehr schnell reagiert, sehr kommunikativ. Ich glaube, das muss die Zukunft irgendwie sein. Und ich denke mir, wenn man etwas lebt und nicht noch predigt, dann hat es schon eine gewisse Glaubwürdigkeit. Karin Frick zu Ihrer Person. Was haben Sie denn gelernt? Was haben Sie gemacht? Ich habe mal Ökonomie studiert an der Hochschule St. Gallen und bin dann schnell irgendwo in der Zukunftsforschung gelandert, in dem Bereich, der ja nicht eine eigentliche Wissenschaft ist. Ich hatte sehr viel Freude auf diesem Gebiet und bin seit 30 Jahren in diesem Feld tätig. In der einen oder anderen Form befasse ich mich mit Zukunftsforschung. Und Sie haben Kinder? Was sagen denn Kinder, wenn Sie da so fantasieren? Ich habe zwei Kinder. Ein 28-Jähriger und ein 14-Jähriger. Und ich meine, die sind eigentlich daran gewohnt, dass sich ihre Mutter mit Trends und Tendenzen befasst. Was immer noch spannend ist. Vor allem mit meinem Jüngsten habe ich fast eine Art Wettbewerb, und wer schneller mehr über neue Sachen Bescheid weiss. Und dann habe ich YouTube, wie meine Kinder auch, oder? Sie sind gerade fast gleich alt. Der Jünger ist 14 Jahre alt und es geht vor allem darum, und das ist noch interessant, er schaut auf YouTube und ich habe eigentlich andere Kanäle, wo ich mich informiere. Und wenn es so spektakuläre neue Sachen gibt, dann frage ich ihn, hast du das schon gehört? Und er hat es auch schon gehört, lustigerweise über ganz andere Kanäle. Teilweise haben wir gleiche Informationen, vor allem wenn es um neue Technologien geht, wo er über ganz andere Wege zu der gleichen Info kommt. Manchmal sind es auch erfundene Informationen. Es ist auch zu der gleichen Geschichte. Eigentlich muss man fast sagen, wir stossen auf die gleichen Geschichten über die Zukunft. Ich frage mich darum, damit es etwas griffer wird. Mir geht es ja genau gleich. Meine Kinder recherchieren völlig anders als sie. Wir machen es als Fernseher, da kriege ich wahnsinnig viele Rückmeldungen. Es gibt überall Leute, die Fernseher schauen, auch Jugendliche. Und ich denke, die schauen das gar nie. Und zum Beispiel bei uns in der Region wird jetzt YouTube, was das Fernseher betrifft, viel weniger genutzt als eigentliche Fernseher. Also, das ist je nach Region, kann so etwas unterschiedlich sein. Oder muss man dann noch ständig am Ball bleiben, damit man up-to-date ist, die richtige Zukunft? Also, wenn man Zukunftsforschung macht, dann kann man sagen, es gibt so das Sprichwort und die Zukunft ist schon da, sie ist aber auch gleichmässig verteilt. Also, der eine Ort ist etwas konzentrierter und früher. Was wir im Moment heute haben, das sind ganz viele Medien, die gleichzeitig da sind. Also, die ganz klassischen Medien, die ganz zeitigen. Es gibt noch Radio, es gibt Fernseher, es gibt YouTube, es gibt alle anderen Formen. Es gibt virtuelle Realitäten dazu. Und alles ist parallel. Jetzt, je nachdem, mit wem sie reden, sie kann alles nutzen. Sie kann noch in einem Medium präsent sein, im Neuesten. Und häufig ist, und das ist noch interessant, natürlich auch die News. Die Frage ist immer, wo ist denn der Ursprung? Und ich sage, sie sind oft mal Geschichten, ob es dann Informationen sind oder ob sie überprüft sind, ist die nächste Frage. Aber Geschichten, vielleicht ist das sogar auch erst mal in einem alten Medium entstanden und dann von YouTube auch aufgegriffen worden. Weil eigentlich, was wir anziehen, sind gute Geschichten. Also, ich sage noch, die Zukunft gehört dem, was die besten Geschichten über die Zukunft erzählt. So, welche Geschichten erzählen wir denn über die Zukunft? Das ist auch ein Aspekt der Zukunftsforschung. Und das ist vielleicht fast unabhängig, in welchem Kanal man diese gesehen hat. Und wenn die Geschichte gut ist, dann taucht sie fast in allen Kanälen auf. Aber das ist alles hochkompliziert, oder? Also, das haben Sie nicht studieren? Also, Zukunfts- und Trendforschung kann man in dem Sinne nicht studieren. Es ist auch nicht ein Fachbereich. Inzwischen gibt es auch einen Lehrgang an der Uni Berlin. Und es sind einfach verschiedene Systematiken, wie man Informationen analysieren kann. In dem Sinne, und das ist eigentlich noch spannend, ist, sage ich jetzt mal, es ist umgekehrt wie Geschichte. Also, man kann Geschichte studieren. Zukunft nicht, weil die Zukunft ist natürlich keine harte Wissenschaft. Wir haben über die Zukunft keine Daten. Keine Menschheit über die Zukunft Daten. Und insofern kann man eigentlich keine sichere Vorhersagen machen. Man kann es nichts beweisen. Man kann Entwicklungen, die da sind, fortgeschrieben. Und trotzdem ist es relevant, um zu wissen, wohin entwickeln könnte, gehen. Und vermutlich gerade auch, weil es ein nicht wirklich hartes Forschungsgebiet ist, kann man es nicht studieren. Wir leben in einer Zeit, in der sich sehr viel verändert, sehr viel verschiebt. Und darum ist das Bedürfnis zu wissen, was sich denn könnte verändern, was kommt, ist eigentlich umso grösser. Darum hat sich sozusagen mehr, sage ich, in einer Grauzone zwischen Forschung im engeren Sinn, in der Uni betrieben wird, und Beratung hat sich so etwas ausgebildet, wie Trendforschung, Zukunftsforschung. Für mich ist das alles hochkompliziert. Wenn Sie so etwas machen müssen, ich wüsste fast gar nicht, wo ich anfangen soll, also wie sieht denn Ihr Alltag aus, was machen Sie, wenn Sie da rein können? Als Trendforscher arbeitet man eigentlich ähnlich wie einen Journalisten. Also man geht mal aus von einer Fragestellung oder von einer Beobachtung der neuen Entwicklung. Recherchiert dann in verschiedenen Gebieten. Also nehmen wir ein Thema, das würde in Zukunft noch Fleisch essen, als Fragestellung. Dann sieht man in der Forschung, es gibt neue Produkte, das Fleisch ersetzen kann. Also sozusagen Fleisch, das im Labor wächst. Das ist schon technisch weit machbar. Dann kann man nachher schauen, wird das auch akzeptiert, sozial. Also da kann man auch sehen, wie wird das kommentiert. Also insofern brauchen wir eine Fragestellung. Wir brauchen eine Fragestellung oder eine Beobachtung und derer gehen wir nach, um zu wissen, was es ist. Kriegen Sie denn Aufträge über? Ja, wir haben Auftragsstudien. Viele Studien, die wir machen, sind im Auftrag von Institutionen, die sagen, wir sind in einer Zeit, wir wissen etwas, dass es nicht mehr so weitergeht wie bisher, aber wir wissen nicht, wohin es geht. Also wir beraten noch einmal jemanden, der uns hilft, quasi der Horizont im Grossen zu untersuchen. Jetzt kann man sagen, wir haben Ausgangslagen, was beeinflusst die Zukunft. Und ein Stück weit kann man sagen, okay, wir haben neue Technologien, wir haben gewisse politische Entwicklungen, es gibt ökologische Entwicklungen. Und dann muss man diese wie ein bisschen weiterdenken. Also man muss spekulieren, aber man muss gewissermassen plausibel spekulieren. Wir sagen dem auch, wir machen Szenarien. Man kann nicht wirklich präzise Vorhersagen machen, darum geht es darum, vielleicht ein kleines Spektrum der Möglichkeiten zu kennen, wohin Entwicklungen gehen können. Und darum macht man häufig auch verschiedene Szenarien, also verschiedene Extremszenarien. Und dann sagt man, wenn wir diese kennen, haben wir ein breites Feld von Möglichkeiten. Das heisst nicht, es ist so, aber wir sehen, wohin Entwicklungen gehen könnten. Und das hilft einem einmal, sich vorzubereiten. Und ihr habt natürlich eine riesige Erfahrung. Das muss ich sagen, auch wenn man sich an uns einloggt. Bei den Tuttweiler-Instituten gibt es ja auch Literatur. Also zum Beispiel haben ihr gerade für das Radio-Där-Service-Publik so etwas gemacht. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, so etwas können ihr selber nachlesen, es ist im Download sogar gratis erhältlich, damit ihr auch vorstellen könnt, dass etwas sich abspielt. Es ist alles nicht so einfach, aber höchst interessant und zeigt euch den Weg ab. Beim Service-Publik zeigt es den Weg, wo man dann ja eigentlich auch sieht, dass es eingeht. Also ihr habt doch relativ hohe Treffsicherheit. Das muss man gerade schon sagen, oder? Teilweise hat es ja gerade auch, wo hingeht, wo wie wird die zukünftige Mediennutzung sein, hängt natürlich einmal davon ab, welche Technologien wir nutzen. Die neuen Technologien fallen noch einmal nicht aus dem Himmel, die würden entwickeln. Und wenn man jetzt virtuelle Realitäten entwickelt, dann kann man sich vorstellen, dass in Zukunft, oder Hologram, dass das sozusagen in zehn Jahren die Situation ist, dass die, die jetzt zuschauen, oder die würden sozusagen auf der anderen Seite des Sessels sitzen, und wir hätten das Gefühl, wir sitzen alle nebeneinander. Also die Entwicklung ist da und jetzt weiss man ja, wenn das so ist, wie kann sich denn das Verhalten ändern? Wird es überhaupt akzeptiert, wird es nicht akzeptiert? Es gibt parallele Sachen. Und das ist immer, wenn ein neues Medium kommt, alles weiss man nicht. Aber Technologie, das ist ziemlich plausibel. Also die Technologie entwickelt sich weiter. Es sind ganz viele verschiedene Facetten. Ich frage, welche Fragen stellt man. Was erstaunlich ist, und ich wollte noch sagen, es ist eigentlich viel Information, ist da und bekannt. Und eigentlich ist es erstaunlich, wie wenig das beachtet wird. Wie lange man das nicht wahrnehmen will, wie lange man das Gefühl hat, ganz generell, nein, das passiert nicht. Also sagen wir, das Thema Einkaufen online, das haben wir im GDI schon, weiss ich, vor 20 oder man hat es wahrscheinlich schon vor 30 Jahren thematisiert. Die haben die meisten gesagt, ja, so Nebensachen, das passiert nichts. Ja, ein paar Bücher und so kann man online bestellen, aber die Hauptsache findet im realen Geschäft statt. Und ganz lange versuchen sehr viele Leute, jetzt rede ich mal von Entscheidern in Unternehmen, an dem festzuhalten, was es ist. Und man versucht tausend Gründe, wieso das nicht kann. Also man will, dass es nicht so wird. Und darum sagt man ganz viele Gründe, dass es nicht so soll sein. Ja, ein Beispiel dazu. Vor drei Jahren haben wir einen Report gemacht, eine Studie über die Zukunft vom Lebensmittel einkaufen. Und da wären wir sehr viel länger beim stationären Laden geblieben, als dass wir das online machen. Und in diesem Jahr haben wir gesagt, dann haben wir ein Titelbild gesucht. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen ein Futuristisches, wir wollen so eine Drohne, die das ausliefert. Einfach als Titelbild, weil es ist ja um die Zukunft gegangen. Und dann haben wir es mit einem Unternehmensberatungsunternehmen gemacht, von Deutschland. Und die sagten, nein, das geht nicht. So viel Science Fiction haben wir nicht in dieser Studie. Und das Titelbild der Drohne, die ausliefert, abgelehnt, im gleichen Jahr, als Amazon angekündigt hat, dass sie das jetzt patentieren lassen, die Auslieferung mit Drohnen. Also ich sage, teilweise ist heute wirklich viel Information über die Zukunft da. Und es erstaunlich ist wirklich, dass sie nicht wahrgenommen wird. Also die ist nicht versteckt. Sondern man versucht, man will es nicht wahrhaben, man will lieber bei dem bleiben, was man kennt. Und gerade das Beispiel Drohne ist höchst interessant, wenn man denkt, es gibt Drohnenreise, die es mit unter 30 Jahren durch die Welt schickt fährt. In Spanien gibt es mit Drohnen, zum Beispiel Liegenschaften, Auskundschaften, die haben Millionen gemacht, die haben Steuersünder dort geholt, mit Drohnen macht man Krieg. Übrigens Päckchen mit Drohnen vertragen, bereits eine Realität, acht Kilometer, so ein Päckchen ist ja transportiert. Und ich werde es nicht überraschen, wenn es hier eine Drohne mit Lebensmitteln kommt. Ist schon erstaunlich, wie lange man sich gegen etwas, was eigentlich da ist, wehrt. Warum ist denn das? Ja gut, gegenüber dem Neuen gibt es grundsätzlich zwei Hartungen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen Personenabhängig. Entweder ist man neugierig und freut sich über das Neue, oder man ist eher skeptisch, man weiss halt noch nicht, was es ist, und bedroht die Situation. Generell kann man sagen, erwartet man vom Neuen mehr, dass das Leben besser macht, oder erwartet man vom Neuen, dass das Leben schlechter macht. Und neue Technologien haben heute viel zur Folge, dass sie bestehen, die erfolgreiche Geschäftsmodelle eigentlich sozusagen, wenn man sagt, disruptiv entwickeln. Also sozusagen, sie stellen es auf den Kopf, es wird totales Geschäft transformiert. Das heisst, so wie ich es geschafft habe, wenn ich erfolgreich geschafft habe, meinen Laden aufgebaut habe, so funktioniert es nun. und ich will weniger Erfolg haben. Wir sehen das jetzt gerade im Einzelhandel, wie viele Fachgeschäfte verschwinden. Und dann erlebt man das eher als Bedrohung und will das heben, was man hat. Und das ist die Erfahrung, die Erwartung. Es gibt übrigens sozusagen mein Lieblings, wie soll ich sagen, es ist ein Aus- oder eine Erkenntnis von Douglas Adams. Das ist der bekannte Science-Fiction-Autor mit Hitchhiking durch die Galaxie, also Autostopp durch die Galaxie. Und er hat mal gesagt, wenn es da jetzt dunkel wird, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir sind ja da von Technik geplaget. Also ich schwöre euch, in ein paar Jahren gibt es das nicht mehr. Wenn da eine Lichtschalt durch und wenn meine Frau dann rumläuft, so hinter der Kamera, dann kommt es wieder. Also, die Lichtunterschied, das hat jetzt gar nichts mit Science-Fiction, so, bloß wenn wir bei Science-Fiction gewesen sind. Ja, Adams. Also, gehen wir nochmal zur Science-Fiction und ich denke, dass wirklich eine gute Erkenntnis von Douglas Adams ist. Er hat gesagt, die Technologie, die es schon gibt, wenn man auf die Welt kommt, die ist quasi natürlich. Also, als ich auf die Welt kam, hat es Auto gegeben. Und Autos sind einfach für mich normal. Man mag sie möchten oder nicht, aber sie sind halt da. Die Technologie, die entsteht, wenn man so zwischen 15 und 35 ist, die ist neu, spannende, aufregend. Man kann seine Karriere darauf bauen, man kann sozusagen die Welt neu erfinden. das gestalten, das ist so die Grundlage der Karriere. Und die Technologie, die sozusagen in die Welt kommt, nachdem man 35 ist, das empfindet man quasi gegen die Natur und das wehrt man ab. Also, das wäre jetzt so eine Theorie, die sagt, das hängt so ein wenig ab in welcher Generation. Also, für wer ist denn was noch in Technologie? Oder? Das nochmal für unsere Söhne, manche Kinder, ist, ich meine, die kennen nur eine Welt mit Google, mit Smartphone, mit Wikipedia. Für die ist das nicht neue Technologie. Und was für Grosseltern eine sehr neue Technologie sein kann, was je nachdem sagen, ich komme überhaupt nicht mehr draus, und wie geht das, und wo hast du das her? Das heisst, wirklich für die Generation, also für wer ist denn was eine neue Technologie? Und für die nächsten Generationen, die wachsen natürlich in eine Welt hinein, wo es denn Drohnen wird haben, wo es normal wird sein, dass alle Filme, oder alle News, die man anschaut, so quasi dreidimensional sind. Für die ist dann sozusagen ein flaches Bild, wie sie jetzt noch im Schirm sehen. Das ist für die, wie wir jetzt einen Sturmfilme in schwarz-weiss sehen. Also, fünf Jahre, oder? Die denken vielleicht, was ist denn das für eine alte, schwarz-weiss Sturmfilmeaufnahme. Aber weil dann ist man, so zu sagen, das Normale ist dann ein dreidimensionales Bild, eine Szene, wo man dazusitzen kann, und vielleicht sich direkt mit uns unterhalten. Ich finde auch, es ist unglaublich, wie lange es sich wird, wegen der Generationen noch. Also, ich selber bei Lehrern noch, Berufsschule und so weiter, da habe ich einmal so ein bisschen, also völlig reihhaft vorgerechnet, Einstein hat gesagt, wenn man mich jetzt mit Leichtgeschwindigkeit drei Tage in den Weltraum schickt, und ich komme zurück, dann sind ihr nachher 50 Jahre älter, oder? Da haben sie mir auch gesagt, stimmt nicht, das kann nicht sein, und so weiter. Ich habe manchmal das Gefühl, auch junge Generationen glauben dies und jenes nicht, wenn es nicht Alltagserfahrung ist. Sie nennen das Handy vorne, es gibt die Strahlung dort auch nicht, ist aber völlig klar, die existiert, so kann es ja nicht funktionieren. Aber sobald etwas nicht Alltagserfahrung ist, glaubt man es nicht. Meine Frage ist jetzt, was ihr macht, ist eigentlich auch zukunftsweisend. Also, wenn ihr das nicht machen würdet, wäre der Fortschritt ja gleich, und man sieht dann aber nicht, was auf uns zukommt, oder? Also, der Fortschritt steht im Stück weit, erklären wir ja, was passiert, möglichst ein bisschen vor, was passiert. Und ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ob es ums Eigenleben geht, weil ich meine, ob man jetzt früher oder später sagen wir, so ein Virtual Reality Brille kauft, das ist nicht so entscheidend. Und für ein Unternehmen ist natürlich sehr entscheidend, oder? Also, sagen Sie, was wir machen, ist für alle wichtig, aber wichtig sicher auch für Unternehmen, wo man sieht, wie sieht mein Geschäft morgen aus? Und wenn alle Leute online einkaufen, dann muss sich ein Händler überlegen, wie er sich organisiert. Er hat vielleicht schon ein Geschäft, aber er muss sozusagen einen online laden, er muss dort viel mehr bieten können. Und das ist nochmals entscheidend, währenddessen einen einzelnen Konsumenten an Lanka entscheiden, weil sozusagen, es gibt noch lange einen Laden, wo er halt sagt, ja, ich kaufe lieber normale, wie ich das immer gemacht habe. Und das Online-Laden benutze ich nicht. Sozusagen für ein Individuum, das hat Anpassungszeit, weil das geht nicht über Nacht. Aber sozusagen, da ist wirklich die Frage, aus welcher Sicht stellt man es? Und auch für die Jungen, es lebt ja jeder in dieser Gegenwart, die Gegenwart aus der Sicht eines 14-Jährigen, 50-Jährigen und so, sieht einfach anders aus, als aus der Sicht eines 50-Jährigen oder 80-Jährigen. Aber auch die leben einfach in ihrer Gegenwart. Und eine Untersuchung, die wir gemacht haben, zum Thema Alterung, Digital Aging, im Auftrag von Swiss Life, zeigt, und da haben wir auch Befragungen gemacht, das zeigt, dass sich eigentlich niemand mit der Zukunft gerne auseinandersetzt. also auch Leute, die kurz vor der Pensionierung gestorben und so. Und ich meine, das eigene Alter ist jetzt nicht etwas. Also, jetzt kann man davon ausgehen, wir haben die mindestens durchschnittliche Lebenserwartung, also wir würden so gerne älter, wenn wir das hoffen. Aber mit dem Alter sind gewisse gesundheitliche Einschränkungen verbunden. In der Regel normalerweise müsste man davon ausgehen, dass man selber in irgendeiner Art auch davon betroffen ist. Man befasst sich ganz wenig mit dem. Obwohl, also das ist eine Zukunft, die absolut vorhersehbar ist. Wo, sage ich, die Überraschung kann höchstens sein, okay, es passiert, man hat früher gesundheitliche Einschränkungen, als dass man die vielleicht erwartet. Aber trotzdem, also eigentlich lebt man hauptsächlich ihr Gegenwart, und wenn man sich so sieht, und wenn wir gesehen haben, jetzt im Bezug auf das Alter, man mag sich nicht mal mit der eigenen Zukunft, die mindestens biologisch vorhersehbar ist, befassen. Wem als Privaten? Wieso soll man sich sozusagen mit der Zukunft von der Welt befassen? So nach dem Motto, die Probleme, die ich nicht habe, die muss ich mich jetzt gerne kümmern. Ich habe schon jetzt genug Probleme. Also, was soll ich mich um Drohnen kümmern? Und darum ist, neben ein paar Leuten, die einfach das Interesse haben, Science Fiction und so, sind es die Unternehmer. Aber es ist natürlich auch politisch relevant, und ich glaube auch als Bürger, als Staatsbürger, ist es natürlich schon notwendig, sich damit auseinanderzusetzen, um sich ein sinnvolles Urteil zu bilden, weil es dann auch darum geht, zu regulieren. Wie geht man denn um als Gesellschaft mit diesen neuen Technologien? Es hat mal einen Artikel gegeben, in einer grossen Zeitung, da sind sie quasi zitiert worden, in Zukunft haben wir alle Roboter, die Roboter werden sich selber entwickeln, und dann haben natürlich auch wieder Schüler zu mir und gesagt, Gott im Himmel, ich höre auf mit meinem Job, wobei ich dann auch rein, das sind 17-Jährige gewesen, ist sie gerne aus dem Land, wo sie stammen, also aus dem Lichtensteiner gewesen, muss allerdings zu ihrer Errettung sagen, sie sind in der Mitte, sie sind die Waage in Schaan, er war im Oberländer, das ist vielleicht der Unterschied, aber er wollte gerade das hinknallen und gesagt, ich muss etwas anderes lernen, ich bin völlig auf dem falschen Dampfer. Haben wir in Zukunft einfach alles Roboter und sind wir dann überflüssig? Wir wollen in Zukunft sehr viele Roboter haben und Roboter würden sehr viele Arbeiten übernehmen können, die heute Menschen machen, aber ich glaube, es geht, wenn man gerade auch als Unternehmen denkt, dann kann man so denken, es geht eigentlich wie Menschen mit Maschinen zusammenarbeiten und wer denkt, ich kann sozusagen eine Gruppe von Personen ersetzen durch Maschinen, der denkt relativ kurz. Natürlich, gewisse Arbeiten kann die Maschinen machen, aber spannend ist, das sind so Arbeiten, wenn man sie einfach automatisieren kann, dann würde man damit wenig verdienen, also die würden günstiger werden, weil das, was Technik machen kann, da ist auch nicht mehr so viel Marge drauf und darum ist es nach wie vor spannend, was kann ich denn mit Menschen machen, weil ich brauche ja ein Geschäft, Margen habe, wo ich Geld verdiene. Und die Überlegung ist jetzt als Beispiel, man kann nicht eben nur Verkäuferinnen ersetzen, das nennt man immer gerne als Beispiel, man kann auch Juristen ersetzen, ein Teil der Arbeit, der heute ein Jurist macht, das kann Roboter machen, das machen teilweise schon Roboter, also IBM hat einen Roboter, den man kann mieten quasi oder ausleihen als Teilzeitmitarbeiter haben, die Frage ist nicht, wenn ich jetzt ein Anwaltsbüro hätte, wie viel kann ich ersetzen von meinen Juristen, sondern die Frage ist, okay, ich hätte praktisch gratis, könnte ich meine Belege für dreifachen, ich brauche nicht einmal einen Arbeitsplatz, weil der Roboter kann im Bildschirm leben, der braucht keinen Stuhl, der kann immer arbeiten, jetzt hätte ich für fast den gleichen Preis als ich jetzt, hätte ich dreimal so viele Leute, dann ist doch die Überlegung, was kann ich mit dem machen, also vielfach ist ja auch da, und sagen, okay, jetzt muss ich mich mit etwas aufhalten und man sagt nicht mehr, und wenn ich dann mal Zeit hätte, dann würde ich noch und ich hätte noch Ideen, aber ich komme ja nie dazu, weil ich muss so viel machen, bis das mal erledigt ist, ist schon wieder Abend und dann muss ich nach Hause, also ich glaube, es ist wie, es ist nicht zwangsläufig, wenn wir eine Maschine haben, man kann mit Maschinen zusammenarbeiten und dann ist die Frage, was wir mit denen tun und jetzt, gerade zu den Stiften zuerst mal nachher kommen Haben wir das im Griff, was mit denen tut? Ja, das haben wir, das kann man ja entscheiden, zuerst einmal zu denen, also erstens sind, die Roboter sind in der Entwicklung und die Stiften, die jetzt sozusagen in der Ausbildung sind, die man so natürlich überlegen, zuerst einmal und die Roboter gebaut werden, entwickelt werden und dort sind sie jetzt, genau wenn man in so einem Bereich ist, zuerst einmal gefragt, also im Moment gibt es sehr viel Arbeit, all die Systeme, die wir haben, Intelligenz zu machen, zu automatisieren, das, also das ist nicht über Nacht nochmal, es ist nicht über Nacht, kommt ein riesen Roboter her aus USA oder China und nimmt uns alle Plätze weg, weil diese Systeme muss man bauen, die muss man prüfen, das, oder das sind Entwicklungszeiten und das heisst, das braucht gerade für die Jungen, also es ist extrem spannende Zeit, nochmal, ist eigentlich die Technologie, wo sie wirklich Chancen haben, die Zukunft zu bauen, die Programme so zu programmieren, wie wir uns vorstellen, dass wir wirklich eine sinnvolle, konstruktive Zusammenarbeit haben, weil, nochmal, ein Merkmal dieser Technologie ist, es ist ja universal Technologie, das ist wie ein PC, ein PC kann sie so viele Sachen machen, sie kann mit einem PC, was weiss ich, ein Kraftwerk steuern, sie kann Bank, Bankgeschäfte mit abwickeln, sie kann Fernsehen machen, es ist nicht wirklich definiert, und das heisst, da braucht es zuerst einmal, also da stehen wir wirklich ganz am Anfang, das braucht sehr viele kompetente Leute, die technisch kompetent sind, das kann man machen, aber Leute, die auch ein unternehmerisches Vorstellungsvermögen haben, etwas mit diesen extrem potenten Werkzeugen, die wir bekommen, sozusagen zu realisieren, also insofern müssten die alle, die jetzt in der Stiftung überhaupt keine Angst haben, sagen, sie sind ja diejenigen, die jetzt die nächsten Technologien gestalten. Ich bin Pensionist, das wisst ihr wahrscheinlich schon, das sieht man mir auch an, und trotzdem habe ich die Angst nicht, und ich bin überzeugt, es kommt so, wie Karin Frick das sagt, ich denke nur an Jules Verne, ich denke an andere Sachen, ich denke an meine Kollegen, die auch Pensionisten sind, zum Teil, und zum Teil Jünger, die immer noch Superacht filmen, und ich frage mich, wie lange, wenn sie das noch machen, und einen alten Festhalten, und so weiter, ich denke aber auch an einen Kollegen, der verstorben ist, der über 80 war, der ständig und immer das Neuste gemacht hat, ich denke, um fit in der Gegenwart zu sein, müssen wir fit werden für die Zukunft. Und meine Frage ist jetzt einfach so, als Lehrer stelle ich dann eben fest, wenn wir wieder einen Lehrplan, Lehrplan 21. Also, ich frage mich manchmal, tun wir zu wenig, auch in Fragen, zu wenig, einbeziehen, etwa, wenn wir neue Lehrplan machen, wenn wir neue Pläne für die Schülerinnen, für die Schüler machen, also, ich denke mir auch, es kommt genauso, wie sie sagen, sie sind auch nicht die, die es machen, sondern sie beobachten noch, wie es rauskommen könnte, und trotzdem steht in der Schule manchmal fest, man hält immer noch ein Alten fest, und, hm? Gut, es verschiebt sich, ähm, muss ich sagen, wir leben auch in einer Welt, wo sich nicht alles gleich schnell verändern, wir haben, machen auch hier das Bild, Software verändert sich recht schnell, die Hardware, also, zum Sachen Umbau, auch das braucht gewisse Zeit, und Menschen verländern sich langsam, und dann, wenn es Organisationen sind, Schule, Politik, das sind langsame Prozesse, und ich glaube, äh, es bewegt sich was, es bewegt sich teilweise langsam, es bewegt sich langsam, und eins, im Moment ist auch, es muss mehr experimenteller sein, es geht wahrscheinlich, es geht gerade Berufsstuhl, es geht mehr zur Werkstatt, wo es darum geht, mit der neuen Technologie, Sachen entwickeln, auszuprobieren, fast so als Hackerfest, also, wir haben wirklich tolle Tools, wir machen vielleicht gerade schon ein Start-up, also, es ist Praxis nahe, vielleicht weniger nach einem festen Lehrplan, wobei gewisse Grundfertigkeiten wird es immer brauchen, also, eine Vermittlung von Grundfertigkeiten, mit vielen Informationen umgehen und so, die wird es auch in Zukunft brauchen, es wird Strukturen brauchen, wo man sich austauschen kann, Plattformen, wo man lernen kann, man kann natürlich auch, also, vielleicht gibt es dann irgendwann mal das Szenario, dass man sich, ähm, nochmal wie im Science Fiction, das was man nicht weiss, sozusagen direkt, runterladen kann im Kopf, also, wenn man das Wissen nicht hat, dann könnte ich es mir sozusagen, direkt ins Hirn laden, aber da sind wir jetzt auch noch nicht, bis dahin, braucht es immerhin noch die Fähigkeit, auch die Fähigkeit zum kritischen Denken, aber ich glaube, ganz stark ist wirklich auch ein unternehmerisches Denken, weil ich sehe, ich habe sehr viele Möglichkeiten, was mache ich denn mit denen, also, ich kann nicht so viel schränken, aber wir sehen heute, und das ist sehr interessant, wie man eine Idee hat, man kann ein sogenanntes Crowdfounding, man kann sich sozusagen auf dem Markt relativ einfach Kapital beschaffen, man kann es produzieren, weil man findet auf den Leuten, man findet andere Experten, also sozusagen, wer Ideen hat, kann eigentlich mit wenig Kapital Unternehmer werden, weil er kann sich im Netz sozusagen alles beschaffen, er kann es auch produzieren lassen und ich glaube, mit dem Potenzial umgehen, ist etwas, wo man sich, und da braucht es natürlich mehr, das macht man nie allein, das muss im Netzwerk passieren, und das ist etwas, wo man sicher noch stärker kann, oder, ich glaube, wo stärker dann wird im Vordergrund rücken, in den nächsten Jahren in der Ausbildung. Haben Sie das Gefühl, es bewegt sich etwas? Ja, und ich glaube auch, und da bin ich jetzt nochmal dort, wo ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Entwicklungen, und da sieht man, dass wir in Europa eher noch zurückhaltend sind, während z.B. Amerika sehr trendbegeistert ist, und sehr schnell sich begeistern von Trends, und dort z.B. einfach eine viel dynamischere Start-up-Szenen ist, weil Junge sagen, ich habe nicht ähnliches, es ist eigentlich super cool, ein Unternehmen zu gründen, sind gewisse Vorteile mit dazu, aber es ist schon so grundhaltig, was ein bisschen ansteckend ist, und wir sind da in Europa, in Schweiz, Deutschland und Österreich vielleicht erst da, tendenziell ein bisschen zurückhaltender, vielleicht etwas vorsichtiger und sagen, wir warten mal ab, wir schauen mal, ob es funktioniert, oder? Denken wir auch, wenn wir so zurückdenken, IT-Technik, oder z.B. Apple, ja, Microsoft und all das, oder wenn wir McDonalds denken, völlig etwas anderes, kommt schon unglaublich viel, also insofern, also von den USA, also insofern ist dort der, und da oben seht, der Tutweiler schon etwas Spezielles gewesen, oder? Er ist absolut, er ist ein Pionier gewesen, genau, er hat eigentlich dort auch, sozusagen, den Einzelhandel neu erfunden in einer Zeit, weil er ein ganz neues Format eingeführt hat, das es da nicht gegeben hat, und es ist überhaupt nicht gesagt, dass sozusagen, die neuen Ideen nur aus den USA kommen müssen, es braucht, er war mutig natürlich, er hat Mut, etwas anderes zu machen, er hat die Möglichkeiten gesehen, von den neuen Entwicklungen, die entstanden, und das gibt natürlich, heute noch viele Chancen, vor allem ist nicht wirklich die Voraussetzung, dass es wahnsinnig viel Geld braucht, um seine Ideen zu realisieren, weil wer gute Ideen hat, findet eigentlich im Netzwerk, findet Partner, findet Geld, und fair zu sein, muss man sagen, es ist schwieriger in Europa, in der Schweiz, in Deutschland, weil wir nicht zum grossen Markt haben, das heisst, in den USA, wenn man nur schon 1% vom Markt hat, dann ist der relativ gross. Es liegt zum Markt oder denken wir in den kleinen Karos? Wir denken in den kleinen Karos, aber es ist auch noch einfacher, wenn man etwas startet, weil man hat einen grossen Sprachraum von x Millionen Leuten, wenn ich nur 1% habe, vom Schweizer Markt, und ich muss es noch auf 3 Sprachen übersetzen, dann ist es einfach komplexer, ich habe andere Grenzen gesetzt, das heisst, ich habe ein neues Produkt erfunden, und ich kann das nur einmal schon in den ganzen USA vertrieben, habe ich von Anfang an auch mit 1% vom Markt schon eine relativ grosse Gruppe. Und darum ist dann ein halbes Prozent vom Schweizer Markt ist einfach zu klein, um erfolgreich zu sein. Wenn ich das Produkt in ganz Europa vertrieben muss, dann muss ich es mehrsprachig machen. Es wird schon etwas komplexer, ich muss unter unterschiedlichen Gesetzen folgen. Also, wer ein Produkt auf dem Konsummarkt will bringen, hat es natürlich einfacher, wenn er einen recht grossen, homogenen Markt hat, relativ homogen in Sachen Sprache, und Gesetzgebung und Regulierung, weil er dann die Chance hat, mit seiner Idee, mindestens in den ganzen USA, gilt auch für China, erreiche ich mal schon ganz viele Leute. Und die kleinräumige Vielfalt, die Vorteile hat, aber ist anspruchsvoll, weil halt so ein, ja genau, man kommt vielleicht nicht auf die kritische Größe, die es braucht für gewisse Produkte. Wenn sie es wollen, konkret eine App, um mit einer App wirklich erfolgreich zu sein, und sie wirklich hohe Nutzerzahlen haben, und eine App, die irgendwie 1% der Schweizer nutzt, es mag nicht sein, es mag ihnen sogar so irgendwie ein Magnareferent sein, wenn sie Entwickler sind, aber sie würden nicht reich. Ob, sie kann wahrscheinlich nicht einmal davon leben. Gut, aber reich werden wir natürlich auch nicht, wenn wir die Appetition noch billiger sind, oder? Wenn wir die Produktion extern gehen, also haben wir im Grunde dann die Jobs auch weg, oder? Also es ist die Frage, welche Jobs das man macht, und im Moment ist ja der Trend, dass eigentlich die Industrie zurückkommt, also wenn wir, und dort gibt es natürlich für alle Chancen, gerade auch im Rheintal, für alle Zulieferer, wenn es um Maschinenbau geht, würden wir in Zukunft die 3D-Drucker machen, das sind alles. Haben Sie es gemerkt, aber haben Sie es zu spät gemerkt? Können wir die wieder zurückholen? Ja, definitiv. Ja, weil ich meine, mit dem 3D-Drucker heisst das, die kann man erstens herstellen, der 3D-Drucker muss ja nicht im fernen Osten stehen, der 3D-Drucker kann bei mir daheim auf dem Küchentisch stehen, und ich kann dort, also, ich mache jetzt mal nochmal die Prognose, in zehn Jahren, ist es vielleicht möglich, so die Hälfte von den Sachen, die nicht essen sind, die ich brauche, aus dem 3D-Drucker auszudrucken, das, ja, das kann so ein bisschen Blumentöpfe sein, das kann Besteck sein, das kann einfache Schuhen, Kleidungsstücke sein, all das muss ich nicht mehr kaufen, weil ich produziere es da, das heisst, das verschiebt sich extrem. Und insofern kann man schon zurückholen, weil die Logik ist ja, dass die Produktion näher wieder zum Konsument kommt, mit Automaten, die sozusagen sehr individuell sehr viele Sachen produzieren kann und durch das verschiebt sich dramatisch, und die Notwendigkeit, dass das irgendwo über tausende Kilometer transportiert werden muss, ist nicht mehr. Und dann kommt er zu, und das hat das Potenzial, durchaus in Europa gibt es sozusagen, es gäbe dann auch der umgekehrte 3D-Drucker, umgekehrte 3D-Drucker werden in der Lage, das Zeug, den man nicht mehr braucht, zu recyceln. Und dann haben wir auch wieder das Material, also dann müssen wir nicht unbedingt neues Material haben, sondern sagen, ich brauche etwas nicht mehr, ich weiss nicht, ich will eine neue Sitzgruppe, dann wird diese quasi recycelt. und ich designe mir eine neue und kann aber sozusagen mit dem Material, das sozusagen wieder in seine Bestandteile zurück zerlegt worden ist und unter dem Schnee eingefärbt haben, etwas Neues bauen. Sie hätten eigentlich so eine Unternehmerin werden. Sie wären da immer Unternehmer, eigentlich sind sie aufgewachsen, wenn sie sich denken, Martin Hilti, Ospelt, Hilt, Gorn und so. Das sind doch eigentlich Unternehmer, die sich etwas getraut haben im eigenen Land zu machen und das hat sich bis zur heutigen Zeit erhalten, oder? Das stimmt. Das stimmt ja. Von dem her wäre es mir im Blut gelegen. Ja, eben. Weil umso mehr, weil sowohl der Martin Hilti als auch der Toni Hilti, das waren noch Brüder von meiner Grossmutter. Ja, eben. Darum habe ich über so etwas gehört. Ich habe einen schönen kleinen Breckenfall. Falls etwas nicht gehört, dann schauen wir vielleicht gegen den Mikrofon. Aber das machen wir gerade. Nur damit wir merken, dass da nichts geschnitten ist und irgendetwas, dies, jenes. Man hat das immer erstaunt, ja Martin Hilti noch kennt, mir hat es erstaunt, wie er einfach dort geblieben ist, dann Produktionsstandort, wie er rausgegangen ist im Betrieb. Ich weiss nicht, 600 auf verschiedenen Orten hat er das Ganze aufgebaut. Man hat es auch erstaunt, mit Ospelt, über diesen und jenes gesprochen. Aber wie er das gemacht hat, fast aus einer Garage aus. Sie sagen, es wäre bei uns wieder möglich, also das heisst nicht einfach nur, die hatten auch die Schweine, die haben früher gelebt. Das könnte wieder möglich sein, oder? Ja, durchaus absolut, weil das Potenzial ist da. Es sind gut ausgebildete Leute und ich glaube auch so wirklich, so unternehmerische Grundhaltung, glaube ich auch immer noch, soweit ich das sehe, ist auch vorhanden im Rheintal, also auf der St. Galler Seite, auf der leichtensteiner Seite, auf der weiten Seite. Was man ja sieht, also das ganze Rheintal ist durchaus, das ist eine interessante Struktur von Unternehmen, die alle in einem Hightech-Bereich sind. Es sind ja nicht Unternehmen, die stehen geblieben sind. Also alle, die dabei... Aber jetzt einfach nochmal, es hat doch immer geheißen, Lichter Schein ist ein Agrarstaat, auf einmal ist das Land mit dem grössten Per-Kopf-Einkommen der westlichen Industrie-Welt. Ist das kleine Land mit 160 Quadratmeter irgendwie ein Land, das mehr so ein bisschen mutige Denker hatte? Oder warum hat sich das gerade dort entwickelt? Also wenn ich Ospol sage, es gibt ja auch Ospol, es gibt ganz andere Firmen, also Hoval, dann natürlich, wie heisst die Zahl-Firmen? Ivo-Klar. Ja genau, Ivo-Klar oder Ivo-Dent, ja. Und ganz andere, also die haben wirklich extrem viel geleistet in diesem China-Land. Hängt das zusammen mit irgendwie... Ein Stück weit ist die Dynamik, also ich sage jetzt, die unternehmerische Dynamik ist ansteckend und das ist vielleicht der Vergleich, wie wir vorher vom Silicon Valley geredet haben. Auch dort, also auch Jungen, es ist wie ansteckend, jeder will unternehmen werden, also weil andere erfolgreiche Unternehmen sind. Also das ist sozusagen wieder die Vorstellung, die man über die eigene Zukunft hat. Jetzt geht es um die Vorstellung, nicht wenn man irgendwie 50 oder 55 ist und sich über das eigene Alter nachdenkt, sondern die Vorstellung, wovon träumen denn jetzt 15-Jährige, wenn sie Unternehmer würden? Und wenn sie im Silicon Valley sind, vermutlich ja, weil dann denken sie Zuckerberg und so, das ist cool. Die würden auch bewundern, oder wem, also es sind gewissermassen Vorbilder. Und vermutlich ist es zu der Generation, wo jetzt viele grosse, erfolgreiche Unternehmen entstanden sind, im Liechtenstein, im Rheintal. Es ist das auch so wie ansteckend gewesen, die Haltungen. Und wenn es die eine, also es hielt uns, es sind zwei Brüder gewesen, also es ist so zu sagen, wenn es der eine macht, kann es der andere auch. Die Nächsten im Umfeld, das gibt wie schon Mut, sozusagen auch zum das Geschäft anfangen. Man sieht, es läuft, da passiert etwas. Das Geschäft läuft, also wenn man vielleicht auch sieht, der Erste fängt dort an, der hat erfolgt, und denkt, der Nächste, ich kann das auch. Und, was man muss denn so sagen, es hat auch nicht so viele Perspektiven gehabt, also vielleicht ein Stück weit sind wir auch bequem geworden. Ich meine, was hätten die in dieser Generation, also wenn man ein bisschen ambitioniert gewesen ist, was hätte man denn machen sollen? Und heute hat es so viele interessante Möglichkeiten, die man auch noch machen kann. Aber sagen wir mal, wenn man selbst hätte weiter etwas machen wollen, dann hätte man ja fast ein Unternehmer wollen. Heute gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten, selbst ein interessantes Leben zu haben, etwas Interessantes zu studieren, ohne Unternehmer ist es tätig geworden. Also insofern kann man es auch bequem sagen. Ich kann interessante Abenteuer erleben, aber auch als Journalist, als Trendforscher. Und ich muss nicht wirklich so viele Risiken eingehen wie ein Unternehmer. Also sozusagen die Möglichkeit, was man mit sich, also wo man sagt, wo man sozusagen auch kann, ein interessantes Leben haben, ohne so viel Risiko aufzunehmen, weil man ein Unternehmer ist. Also wenn man sagen, vielleicht das ist durchaus auch sagen, was auch Symptome sind, dass manchmal die späteren Generationen etwas träger werden, etwas langsamer, etwas vorsichtiger und das, was sie haben, mehr an dem festheben als das nächste neue Event. Aber die Voraussetzungen, ich glaube, das Wissen, das ist sicher auch nochmal in der Geschichte, in der eigenen Geschichte vorhanden, dass man wüsste, okay, das ist schonmal eine Gegend, die hat gehören aus einer relativen Armut, die es weit gebracht. Also man konnte es nochmal. Und das, und ich glaube, da sind wir wirklich in der Schweiz, im Liechtenstein, Österreich, Deutschland, sind wir wirklich eine Ausbildungsvoraussetzung sind wir gut. Also da sind wir der Standard nicht wirklich. Also die im Silicon Valley haben nicht eine bessere Ausbildung, es ist wirklich mehr an den Ambitionen, an den Vorstellungen, wo es dann liegt. Aber die Ausbildung wäre sicher auf hohem Niveau. Wir haben ja ein Buch, 2050, oder? Ja. Sie forschen schon bis dann. Ähm. Was mir komisch ist, es ist grau, es gab einmal ein Buch global 2000. Da hat Reagan dann verboten. Es kam aber gleich so, als er das Buch verboten hat. Es war auch grau, etwas dicker und so. Und jetzt sehe ich hier wieder ein Buch 2050. Also das gibt es noch, das ist nicht verboten. 2050. Man muss immer vorausdenken und sagen, es ist eigentlich gewissermassen eine Zahl nehmen, die weit weg ist, ist auch ein Trick, den man macht, dass man über das herausdenkt, was ist. Weil wenn ich denke, so in den nächsten 15 Jahren geht man immer davon aus, da ist nicht so viel mehr möglich, als was ich schon kenne. Und wenn man sich rein im Kopf in eine fernere Zukunft begibt, dann ist man mutiger zum spekulieren. Und manchmal sieht man, dass die wilde Ideen, die man nicht erwartet hat, dann doch Realität geworden sind. Und so gesehen ist das immer auch ein bisschen Mechanismus, wo man sagt, versuche einmal weiter zu denken, über das herauszudenken, was wir schon kennen. Wir können natürlich noch ewig reden. Kein Frick, Herr Walsch, haben wir gemerkt, dass die Gegenwart keine Zukunft ist. Wenn ihr die Gegenwart genau beobachtet, vielleicht noch ein bisschen zurückblendet, was ist passiert in den letzten 10, 20 Jahren, vielleicht wenn ihr jung seid, auch noch zurückblendet, was ist passiert in den letzten 5 Jahren, dann müsst ihr eigentlich denken, schüler werden nur gesagt, in den 80 Tagen um die Erde, oder denken dann Galileo Galilei, wenn wir noch auf dem Ski drauf gelandet, dann sagt er, die Erde 30, so lange ist es auch nicht her. Dann denken wir, dann müssen wir auch in die Neuzeit kommen, und denken, 2050 die gespunnensten Ideen sind wahrscheinlich Realität. Ich persönlich, behaupte, bei 63 Jahren würde mal noch beamen können. Also ich bin felsenfest überzeugt, wir würden den Hirn nicht scannen, wir würden es auffüllen, wir würden es beamen, schneller als Lichtgeschwindigkeit, ich werde es sicher nicht erleben. Und meine fast letzte Frage wahrscheinlich jetzt, wenn Sie das alles so überlegen, können Sie dann schlafen? Ja, also ich denke, ich kann sehr gut, schlafen, weil ich glaube, Menschen sind erfinderisch. Und wenn wir das nicht wären, dann könnte ich schlechter schlafen. Also wenn ich, genau sie sind erfinderisch, sie kann mit sehr verschiedenen Situationen umgehen, sie kann sich weiterentwickeln, das zeigt die ganze Geschichte, auch mit Rückschlag. Aber wenn wir denken, es ändert sich nichts, dann fände ich das Szenario eigentlich viel bedrohlicher. wo wir den Schlaf rauben. Genau. Also das heisst, wir gehen in eine schöne, interessante Zukunft? Wir müssen noch eine Segelstunde umspringen? Die Zukunft wird interessant, wahrscheinlich definitiv. Ob sie schön wird, ob sie für alle schön wird, ob sie für alle schön wird, ob es zwischendurch relativ rumpelig wird, das gehört alles mit dazu. Es wird wahrscheinlich nicht einfach so einen geradlinigen, schönen Weg geben, ohne dass es zwischendurch nicht für die eine oder andere auch schwierig wird. Aber es wird Menschen brauchen? Menschen sind im Moment diejenigen, die agieren und ich glaube, das haben sie noch lange in der Hand und insofern haben sie Menschen in der Hand, wie die Zukunft aussieht und nicht irgendetwas andere ausserirdische Intelligenz. Menschen sind im Moment die mussten ein Highernnehmung machen. Ich denke, ich habe dich noch in der Hand Vielen Dank.